Moin, ich bin Sam von Marix von GXLV 14. Ich bin Chris von Social Gaming Society. Hallo. Kannst du mir über Social Gaming Society erzählen? Was ist das? Das heißt, es ist ein Klub für Brettspieler zu spielen. Wir haben schon lange drinnen persönlich am Anfang gespielt. Da sind wir mit rausgegangen und haben immer gedacht, wir müssten ein bisschen mehr für mehr Leute zusammenzufüllen. Und dann müssen sich Gedanken über den Klub haben, über die Evenementen und so. Und da sind wir mit rausgegangen. Und dann sind wir so weit, dass wir ein Klub sind und hier am Bellen wollen. Seid wir nicht gut? Plus ein paar Jahre sind wir als SPL angemeldet, dass wir auch Evenementen organisieren. Wo können die Evenementen von Ihnen? Aber wir sind vertraueinander am Ratheler zuerst. Und das ist an der Kulteufabrik. Außen von der Kulteufabrik. Da ist ein kleiner Kaffee, da können wir dann immer spielen. Einmal an der Woche. Dann Mesa. Dann Ecosov, ein paar von da. Dann haben wir noch eine Spielbautique an der Stadt. Und verinselte Evenementen, wie bei den Tabletop Day. Da haben wir noch ein Plakat gesehen. Das ist ein ehemaliges Event. Und dann haben wir noch regelmäßig. Dann haben wir das regelmäßig. Einmal an der Woche, respektiv. Einmal am Montag. Oder alle zwei Wochen. Ah ja, an dem ersten Klub. Dann zu Tätigen. Dann haben wir gar nicht vergessen. Das ist alles besonders. Wie sieht es dabei zu kommen, dass ein SPL gegründet wird für Berichtspieler? Ja, das sind ... Wir waren super steckt. Die gesagt haben, wir müssten nicht rausgehen. Weil immer ein bisschen zu Leid so in die Haut geht nicht. Weil das ist schon vorn. Und das haben wir einfach gehört. Dann haben wir zusammen mit Jérôme geguckt. Für Leid zusammen zu trommeln und für den Klub-OP hinzusetzen. Und wir fanden einfach wichtig, die Leid-Wertspieler zu weisen. Weil die mich die Mengen dann Monopoly oder Risiko oder alles, was das geht. Oder dass Berichtspieler komisch Leid wären. Und das wäre nicht. Weil Berichtspiel geht es von A bis Z. Und auch Leute sind von Nonschua bis Klein-Kammer. Wo Berichtspieler gerne spielen. Und eben nicht den Courage für Leute umzuschätzen oder so. Und das war so Klub nicht schlecht. Wenn Berichtspieler fehlen dann zum Beispiel Leid? Wenn man so oft verbriert spielt. Also wir haben alles. Wenn man wirklich Monopoly spielen will, haben wir sogar auch. Nein. Alles geht darum, die Neusachen beizubringen. Die alle aus Rels kommen. Und ich denke, dass man wirklich von A bis Z alles will. Also wenn man zu viel für alles ob sie sehen. Du siehst da gerne nachgelöten, in Kalansch zu kommen. Und dann sieht man das. Für die Leute, die hierher kommen, können die sich einfach dabei setzen? Ganz klar. Ganz klar. Ein von unseren Zielen. Dass die Leute zu Schuhe sitzen, keine Regeln müssen lesen. Und das ist von uns du hast, das ist von uns du hast den Treschlägen erklärt. Weil das oft ganz den Huckaball sagt, das Leute nicht, weil die Spieler spielen wollen. Weil sie keine Lust von Treschlägen haben. Also wenn die Leute hierher kommen, was die Kalansch zu machen. Für Heu und Ball war zum Beispiel nicht. Der andere Ball alleine, da können die Leute kommen. Wir wären natürlich froh, weil sie gegen den Monopoly gehen. Das Kalansch zu klang nicht viel. Für uns zu unterstützen, einen neuen Arbeitsplatz zu haben. Und mit den Monopoly haben wir auch vier Dälen, wie die Vergrundstümungen auf verschiedene Geschäfte, die Brettspieler verkaufen. Und plus, um immer einen kleinen Tag-up zu bauen. Die Leute können mit den Monopoly-Karten, die sich auslernen und das mit ihm. Weil dann noch zu ihm, das haben wir gedacht, ich bin mit einem anderen Kader, die nur bei mir sein. Okay. So, wo können wir jetzt fallen? Wo können wir sichern? Bei der Form Social Gaming und Internet. In der www.socialgaming.com.de. Perspektive und Facebook sind wir überall vertreten. Okay. Wir wünschen uns vielmals mehr so für die Zeit. Immer einen schönen Tag. Merci. Ciao.